hallo zocker freunde und weiter geht's und wir versuchen hier immer noch dass hier alles auf die reihe zu kriegen das heißt ich brauche jetzt erst mal die richtigen böhmchen das heißt ich nehme an dass ich hier bei diesen pfeilen die bomben legen muss das heißt da eine hin das heißt da hinten eine hin hier beim auto wo ich auch nachher steht weil er hat jetzt das auto gestanden und dann sollten wir da eine hinlegen okay ich habe keine bomben mehr schnell wir schnell welche her so so und dann muss ich irgendwie eine position kriegen wo ich die so ein bisschen beobachten kann das heißt ich verstecke mich mal hier mache das mal auf und suche mir mal eine kamera das wäre vielleicht am günstigsten und ich denke mal so wie ich die bomben legen musste muss ich wohl die position abwarten das heißt ich muss dann die bomben wohl zünden denke ich so der stellt sich wohl dahin also ich warte mal bis die an den richtigen positionen sind und dann versuche ich die bomben mal durch zu zünden da ist auch noch eine kamera vielleicht ist die sogar günstiger so okay ich werde das nicht machen gleich vielleicht wird er sich gegen dich dann lebt wie und dein arsch ist tot der hat mich nicht entdeckt weiß war das nein 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 ich mache hier alles falsch glaube ich so okay ich habe hier anscheinend alles falsch gemacht das heißt ich muss ganz schnell irgendwie hier kurz weg dann schauen wir mal hier um die ecke kann ich nicht so sie haben alle eine panzerung das ist schlecht das ist ganz schlecht das ist ganz schlecht irgendwie muss ich erst den mit der panzerung weg haben behaupte ich mal die gehen nach da hinten weiter der kommt hier rein vielleicht kann ich den irgendwie überraschen dann hier um die ecke so und ja ich hätte sie wahrscheinlich schneller ausschalten müssen komm hier rein komm hier rein komm hier rein komm hier rein wir sind hier nein der kommt nicht hier rein das ist schlecht bleib wachsam nur für den fall kann ich nicht irgendwas hier sprengen bringen nein nein und nein nein hier ist er nicht gehen wir was denn nun können wir den hier ausschalten treib ihn raus uns wird er nicht los ja ich brauche jetzt eine verstärkung ich brauche jetzt eine verstärkung ich habe hier wieder einige erledigt weg 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 Ja, 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 ja. Genau. Ich würde sagen, nehmen wir gleich mal ab. Und warten mal ab, ob sie sich hier reintrauen. Wieder einer weniger. Ja, dann wollen wir schon wieder Hilfe. Wie viel wollen denn noch hierher kommen? Wie einer weg. Wieder einer weg. So, der Schaltplatzende bringt uns da gar nichts, würde ich behaupten. So, können wir da irgendwie... Machen wir das mal runter. Nein, da sehe ich nichts. Du hast mich gar nicht. Okay. Jetzt ist Schluss, du bist am Arsch! Denk da nach... Okay, gut. Das heißt, wir kommen hier langsam ein bisschen voran. Irgendwo da hinten. Da. So, dann kann ich mich nämlich da hinschleichen. Gut. Okay, der versucht abzuhauen. Holen wir uns aber. So, den haben wir. Gut. Das heißt, ähm... Wir haben sie wohl alle ausgeschaltet. Und wir müssen wohl hier weg. Moment. Irgendwas ist da. Hallo? Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Ey, was? Hey! Steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Nein. Steht keiner mehr. Wie ist sonst noch irgendwas? Der haut ab. Nein, kommt mir noch. Dann spricht er mit Irak. Und Bad Bug wäre so gut wie tot. Ähm... Das heißt, wir müssen da hinterher. Ich hoffe, da vorne ist irgendwo ein Auto. Diesem Motorrad. Nehmen wir das. Und wir müssen hinterher. Wir müssen da irgendwie... ...den verfolgen. Ähm... Aber mit dem Motorrad ist wahrscheinlich eine blöde Idee. Sau blöde Idee. Denke ich. Ja! Oh Mann! Na, 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 na. Ich brauche ein Auto. Das ist besser. Komm, du machst dich da raus. Was soll denn das werden? Ich hau dir aufs Maul, wenn ich... So. Okay, weg da. Ja, ja, ja. Ja, wir sind ja auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Meine Fresse. Komm, lass mich da den noch kriegen. Das war so klar. Das war so klar. Meine Güte. Ich hoffe, ich brauche mir jetzt nur ein Auto schnappen. Und das heißt, nee, warte mal. Bevor wir das machen, drehen wir das Auto rum. Oder wir brauchen theoretisch nur da raus, ne? Wir brauchen ja nur da vorne raus. Das heißt, wir machen das schon mal auf. Moment. Hallo? Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Ey, was? Hey, steht noch einer? Nein. Irgendwer? Komm schon, Mann. Steht keiner mehr. So, okay. Der haut ab. Und wir schnappen uns jetzt gleich das Auto. Spricht er mit Irak. Und Bad Bug wäre so gut wie tot. Wir hätten das Auto doch rumdrehen sollen. So. So. Komm, 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 komm. Wir müssen hier irgendwie hinterher. Da fährt er. Oh, nein, das ist er nicht. Alter Schwede. Ja, weil ich noch lange rumdrehen musste. Ja, ist klar. Wir müssen da irgendwie näher ran. Auf jeden Fall. Ja, war so klar. Das war so klar. Das heißt, wir drehen uns das Auto gleich rum. Bevor wir überhaupt irgendwas machen, drehen wir uns das Auto gleich rum. Und dann sollten wir eigentlich schnell genug hinterher kommen. Das heißt, ich steige mal kurz ins Auto, drehe das rum, bevor ich ans Telefon gehe. So. So. Dann sind wir schneller hinterher. Das heißt, so. Dann haben wir ein Auto. Dann können wir auch hinterher. Jo, jetzt nehmen wir das an. Deine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Ey, was? Hey, steht noch einer? Nein. Tun sie nicht. Komm schon, Mann. Gut, dann schnell zum Auto. Wer entkommt mir noch? Dann spricht er mit Irak. Und Bad Bug wäre so gut wie tot. Ja, und das müssen wir verhindern. Da vorne fährt er. Da fährt er. Habt ihr ihn gesehen? Das heißt, wir müssen hier raus. Und hinterher. Da vorne links. So, irgendwo ist er. Ja, tut mir leid. Aber ich muss hier durch. Da ist er. Da ist er. Der fährt auf den Schienen, oder? Jo. Ah, Mann. Lass mich raus. Ich muss da hinterher. Sonst kommt er mir. Das wäre äußerst ungünstig. So. So. Und ich muss dran denken, dass ich nicht wieder Y drücke. Weil das wäre äußerst ungünstig. Alter. So. Der fährt wie die besenkte Sau. So. Gehen wir denn erstmal? Schubser, wenn wir können. Ah, nein. Können wir nicht. So. Also so ein bisschen aufgehalten haben wir den. Nein, 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 nein. So. Das müssen wir wohl. Ey. Ich will den überfahren. 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 Nein, so überfahren wir den nicht. Ach, Mist. Bis die Karre mal vorwärts kommt. Aber wir wissen zumindest, dass wir das Auto vorher drehen müssen. Okay. Versuchen wir es nochmal. Die Karre in die richtige Position drehen. Das war schon mal ganz hilfreich. Das machen wir auch. Ja, ja. Klingel du mal. So. Okay. Gut. Dann steigen wir aus. Ja. Dann gehen wir mal ans Telefon. So. Hallo. Deine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Hey, was? Yeah. Hey. Steht noch einer? Nein, steht keiner mehr. Komm schon, Mann. Gut. Wir müssen dann hinterher. Wie gehabt. Der entkommt mir noch. Dann spricht er mit Irak. Ja, und das müssen wir unbedingt verhindern. Ähm. Von da kann ich nicht einsteigen. Ich muss von da einsteigen. Gut. Hinterher. Gut. Da raus. Und hinterher. Ich hoffe, diesmal kriege ich den. Da hinten fährt er. Der ist auf den Schinken wohl langgefahren, denke ich mal. Wir fahren aber da hoch, weil er wird da auch hochkommen. Genau. Ähm. Gut. Ähm. Da kommen wir nicht hoch. Ach, Mann. Was ist denn das? Ich kriege das mit dem Auto nicht auf die Reihe. Das gibt es echt nicht. Hinterher. Jetzt komm. Wir müssen ihn aufhalten. Egal wie. So. Ja, ja, ja. So halten wir ihn nicht auf. Den kriegen wir. Nein, 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 nein. Das ist den Quatsch. So. Tret doch mal rum, die Kamera. So, okay. Gut. Dann. Oh, komm, 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 komm. Den haben wir wohl ausgeschaltet. Jetzt müssen wir diese Richtung weiter. So wie es ausschaut. Wir müssen da irgendwie... Ähm. Moment. Moment, da oben. Genau. Da müssen wir hin. Das heißt, wir haben den ausgeschaltet. Jo. Ich hatte mir erst einen anderen Weg angezeigt. Das verstehe ich nicht. Aber was uns dort erwartet, erfahren wir, wie immer, in der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. Bis dahin.